Hinten auch Stellplätze, Gartengrundstück, Spielplatz, das zeige ich Ihnen gleich, schöne Gemeinschafts-Ecke, Spielplatz, Bezirksgruppe Leipzig, der Runderverein, Tolle schöne Wohnanlage bei Leipzig, schöner Grill, Tolle Wohnanlage, die hinteren Stellplätze nochmal, und Superhell sehr ruhig, 15 Minuten in die Innenstadt von Leipzig, im Grünen gelegen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, gesund bleiben! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!